Geschätzte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Kolleginnen und Kollegen! Falschmeldungen sind zwar keine Erfindung des digitalen Zeitalters, finden aber zunehmend durch das Internet eine große Verbreitung und stellen ein Problem dar. Besonders in sozialen Netzwerken können Falschmeldungen oft ungeprüft geteilt und mit nur wenigen Klicks an sehr viele Menschen weiterverbreitet werden. Diese Entwicklung hat auch großen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Sie fördert eine zunehmende Skepsis gegenüber der Wissenschaft und unseren demokratischen Werten. Daher müssen wir gerade im Bildungsbereich alles unternehmen, um Fake News entgegenzutreten und unsere Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Meldungen kritisch zu hinterfragen. Daher lade ich Sie alle zum neuen virtuellen Kurs Digital Citizenship und Fake News ein. Der vom Demokratiezentrum Wien entwickelte und vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützte MOOC liefert einen fundierten Überblick über Online und soziale Medien im Kontext von Demokratie und politischer Bildung. Dabei stehen sowohl demokratische Handlungsmöglichkeiten als auch Manipulationsgefahren und Strategien von Online und sozialen Medien im Vordergrund. Dieser Kurs richtet sich vorrangig an Pädagoginnen und Pädagogen aller Schularten und zeigt Beispiele für die Einbindung des Themenbereichs in den eigenen Unterricht auf. Der MOOC startet am 9. Mai und dauert drei Wochen. Natürlich ist dieser auch als Fortbildungsveranstaltung anrechenbar. Alle Infos dazu finden Sie auf der Plattform eMOOCs. Gemeinsam kämpfen wir gegen Fake News und stärken das Vertrauen in Wissenschaft und Demokratie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.